Ich sag's wie es ist, mein Puls ist total entspannt, also ich bin gar keiner, gar keiner von denen, die jetzt groß aufgeregt sind oder sowas, ich hab natürlich Bock bis zum geht nicht mehr, aber ich genieße einfach. Heute sitze ich hier und denke mir, das ist absoluter Bonus, was hier passiert, ich genieße einfach, ich genieße komplett, was hier passiert vor uns gegen die beste Mannschaft der Bundesliga ist absoluter Bonus, wir haben hier heute gar nichts zu verlieren, deswegen bin ich komplett entspannt, ich freue mich drauf, dass wir hier jetzt einfach die vermutlich beiden fußballerisch besten Mannschaften der Liga sehen, wahrscheinlich das hochklassige Spielerliga aktuell sehen, ja, auch trotz Bayern gegen Leverkusen am Samstag, das wahrscheinlich das Interessantere und Schöneres sogar, müssen wir natürlich abwarten. Ich bin komplett im Genießer-Modus, weil auch aus der Haltung raus, wenn wir heute auch noch in Leverkusen weiterkommen, dann gehen ja die Superlativen aus, dann geht ja alles aus, dann, keine Ahnung, ich find's gar keine Worte mehr, wenn wir jetzt im Pokal auch noch in Leverkusen weiterkommen, dann ist ja alles vorbei. Junge, wie lange dauert denn das? Stiller. Anton? Anton? Wir führen! Oh, Junge. Es gibt einen Grund, warum ich hier im Genießer-Modus sitze. Es gibt einfach einen Grund, warum ich hier sitze, so. Es gibt einen Grund, warum ich hier im Genießer-Modus sitze. Wir machen ein Eckentor, Junge. Für was beschweren wir uns seit Tagen oder seit Spieltagen? Über Eckbälle, über Standards. Leipzig ein einfaches Kassiert, Freiburg ein einfaches Kassiert, dann treffen wir auch mal selber. Waldemar Anton, 0-1, vorhin noch angehalten worden vom Schiri, ne? Mit Tapsubat, dem ein Flieter, geiler Kopfball, schöne Kurve auch, der ist erstmal sau hoch und senkt sich dann. Wir führen, Hönes, da ist er, Hönes, da ist er. VfB-Ausfälsfans geben komplett Vollgas. Alter, wir führen den Leverkusen, Junge. Oh, ist das geil. Und Anton hat sich auch so dermaßen verdient, Mann. Er hat sich so verdient, Anton. Ab in die Nationalmannschaft. Gar nicht viel reden. Gar nicht viel reden. In so Momenten habe ich sofort wieder vor meinem, vor meinem Auge quasi, vor meinem inneren Auge, wie man das formulieren will. Das Auswärtsspiel in Augsburg. 6-0 verloren, danach abgestiegen über Relegation. So was fällt mir sofort wieder ein. So scheiße, wie du einfach mitgemacht hast. Das alles hier ist gerade die komplette, das komplette Gegenstück. Wir kriegen gerade wieder so viel zurück nach den ganzen letzten Jahren. Deswegen war ich ja auch von Beginn an hier im Genießer-Modus und bin es auch weiterhin. Und vielen Dank an Lockhe De Boss in der Kurve, Junge. Stehblock-Kurve. Der Ball kommt nicht an. Ja, ist das schön, ey. Karasor behält den Ball. Alter! Gelb, Robert Andrich. Komplett asozial rein in Karasor. Komplett, komplett asozial rein in Karasor. Ja, natürlich ist das Gelb. Klar ist klar gelb. Ja, Schere. Schere rein. Ganz klar gelb. Ist das schon frustfaul noch? 18 Minuten oder was, Herr Andrich? Ah, am Arsch. Also, Ito trifft ja weder Ball noch Spieler. Alter, das ist doch kein Elfmeter. Aber jetzt überprüft den Schmarrn doch nicht, Junge. Jetzt fange ich an, nervös zu sein. Schön, Schiri. Guter Mann. Ist ja, wäre auch Quatsch gewesen, Alter. Nein, das kann man nicht anders sehen, Tom Bartles. Alter, ich steige gleich auf Sky um. Ich sag's, wie es ist. Der trifft halt keinen Ball. Ja. Aber er trifft auch nicht Frimpong, als dass Frimpong durch Ito fällt. Frimpong fällt, weil er da fallen will. So ein Quatsch. Das ist kein Elfmeter. Vor allem ist auch keine glasklare Fehlentscheidung, um dann VAR anzuwenden. Das vor allem nicht. Das vor allem auch nicht. Lächerlich, wirklich. Dass du über so eine Scheiße überhaupt diskutierst, ey. Dass du über solche Szenen überhaupt diskutierst. Die Jungs bringen genau das, was vor dem Spiel hieß. Wie es ja auch Mittelstadt gesagt hat. Ich glaube, Iberkusen hat auch keinen Bock, dass wir da am Dienstag der Gegner sind. Und nicht irgendwer anders. Mit dem Selbstbewusstsein treten sie auf. Mit dem demütigen Selbstbewusstsein. Die haben Bock. Die sind gallig. Die gehen drauf. Die stehen drauf. Auch Spielverlauf natürlich gut. Dass du mit der ersten Chance, der ersten Ecke mal tatsächlich auch in Führung gehst. Das ist so geil. Hier wieder Wagnoman, drangeblieben auf Würz. Das ist so geil einfach. Wirklich. Einwurf rausgeholt. Da ist die Faust direkt von Wagnoman. Die Jungs sind komplett auf Level. Das ist so geil. Das über 90 Minuten durchziehen. Du kannst hier wirklich, oder von mir aus 120 auch. Du kannst hier wirklich weiterkommen. So geil zu hören von einem Kommentator von einem reifen Auftritt von uns spricht. Ey, wir sind der jüngste Kader dieser Liga. Letzte Saison Relegation gespielt. Führen 1 zu Leverkusen. Das nicht unverdient. Weil wir einfach einen reifen Auftritt hinlegen. Also was Hoeneß und Co. hier aus der Mannschaft gemacht haben, seit April, plus dann eben das Transfermarkt-Feintuning, sag ich mal, im Sommer, ist absolutes Endlevel. Wirklich. Das ist, das kannst du gar nicht hoch genug anrechnen. Hier Mio. Andrich von hinten. Andrich darf schon aufpassen. Kann schon, äh, Andrich muss aufpassen. Problem ist halt, dass du ja beim VAR nur eine klare rote Karte angucken kannst. Es wird nach VAR kein Gelb-Rot geben. Weil es ja nur eine gelbe Karte ist. Der VAR schaut sich das ja leider nicht an. Verstehe ich auch nicht so ganz, warum du keine gelb-roten Karten anschaust. Weil so bleibt Andrich auf jeden Fall auf dem Platz. Weil wurde er nicht geahndet. Und glatt-rot ist es auch nicht. Das heißt, er bleibt auf jeden Fall auf dem Platz. Aber Andrich dürfte vorbemerkt sein. Der muss jetzt aufpassen, das Spiel über. Zweiter und dritter Ball auch nicht bei uns. Wichtig, Ruho. Geil. War wichtig, der Ballgewinn. Dass er dran ist. War wichtig. Anthony Ruho. Und wie dieser Kommentator sagt, mit gebrochener Nase. Das ist auch so wichtig, dass er auch so bei jemandem wie Ruho, gerade jetzt, wo Zagadu hinten ausfällt. Und der quasi immer spielt vermutlich erstmal. In so einem Form hoch ist Ruho. Richtig wichtig. Nübel, Langholz. Langholz. Aber Undaff vielleicht gegen... Oh! Undaff hat ihn sogar. Kriegt ihn durch. Mio! Ah! Schade, Mann. Aber mir gefällt das, Junge. Undaff da immer am Kämpfen gegen den offener Statur her. Halt auch sowas von, ja, im Vorteil seienden. Äh, Ta. Mio, äh, auch direkt dabei gewesen. Das ist so geil, Junge. In jedem Zweig, ab jeder Situation sind die gallig, sind sie dran. Du kannst nicht alles umgehen bei Leverkusen. Die kriegen ihre Angriffe. Die kommen auch mal zum Abschluss von irgendwo. Aber noch nicht, noch nicht gefährlich genug geworden, dass er sich in groß Angst bekommt. Den Halbzeitpfiff geben. Ja, Halbzeit. Wahnsinn, Wahnsinn. Die führen hier 1-0 in Leverkusen. Bei dem Team der Saison bisher. Tabellenführer, ungeschlagen, seit 29 Spiele, was es da jetzt sind, immer in den Statistiken. Und liefern hier so eine Leistung ab. Die sind da, die sind gallig. Die stehen auf jedem Zweikampf, stehen auf jedem Spieler drauf. Jetzt gegen Ende sogar noch ein paar Aktionen gehabt. 6-6 Torschüsse sehe ich hier. Die machen ein bockstarkes Spiel, Junge. Ist die Frage, ob du so ein Pentium über 90 Minuten durchziehen kannst. Auch in der Niederrunde haben wir geführt zur Halbzeit. Da waren wir noch besser sogar. Halt noch per Offensivaktion. Weil es auch ein Heimspiel war. Und noch mal eine ganz andere Situation. Da kam eine zweite, bessere Halbzeit von Leverkusen. Und ein verdientes 1-1. Aber diese erste Halbzeit hier ist so unfassbar bockstark. Wirklich, das nimmt mir so viel Respekt ab hier. Es ist unglaublich. Diese Mannschaft hier mittlerweile im Stande ist zu leisten. Auswärts, im Pokal, in Leverkusen. Unglaublich. Jetzt mal gucken, wie die Halbzeit 2 wird. Aber mit so einer Leistung über 90, über 120. Kannst du hier weiterkommen in Leverkusen. Und dann würdest du auch am Ende des Tages verdient weiterkommen in Leverkusen. Und dann, wie ich schon vor dem Spiel gesagt habe. Dann gehen die Superlativen aus. Dann gehen die Formulierungen aus. Das ist so eine reife Leistung. Es ist unglaublich. Ein Kp hier. Scharf nach hinten. Oh, Andrich. Ja. Ja. Kann man mal so machen. Wie im Hinspiel. Auch im Hinspiel gab es direkt nach 3-4 Minuten Ausgleich in der Halbzeit 2. Traum-Tour-Andrich. Das soll jetzt gar nicht irgendwie, soll jetzt gar nicht salty oder angepisst oder wie auch immer klingen. Aber mit ein bisschen mehr Glück für uns. Mit ein bisschen mehr Pech für Leverkusen. Ist Andrich gar nicht mehr auf dem Platz. Andrich hätte auch problemlos schon mit Gelb-Rot vom Platz fliegen können in der ersten Halbzeit. VAR checkt ja leider kein Gelb-Rot. Der checkt leider nur Glatt-Rot. Aber der Aktion mit Mio. Wenn der Stoci-Ri sieht, dann ist Andrich schon gar nicht mehr auf dem Platz in der ersten Halbzeit. Ist auch ja gar nicht salty. Geile Hütte. Leverkusen, dass sie ein Tor schießen. Passiert. Halt dumm, dass du direkt nach 3 Minuten fängst. Aber ist irgendwo klar, dass es passiert. Aber gehört für mich auch zur kompletten Story. Dass Andrich mit ein bisschen mehr Glück auf unserer Seite und ein bisschen mehr Pech auf Leverkusener Seite schon gar nicht mehr auf dem Platz steht. Gehört auch dazu. Noch bin ich recht entspannt. Mit dem 0-1 lief es natürlich ein bisschen besser. Aber es war ja auch klar, dass wir gegen Leverkusen nicht ohne Gegentur bleiben. Im Normalfall. Wieder. Wir fangen die Bälle aber schon früh und hoch ab. Das gefällt mir saugut. Führ ich. Hau rein. Ja, Junge. So nämlich, Mann. Ist das geil, Mann. Aber den Fehler nutzen von Leverkusen. Die machen ja genug da hinten. Die spielen den Ball auf genug blind raus. Und dann auch selber eiskalt wieder. Geil, Mann. Geil, Mann. Boah. Weißt du, vor ein, zwei Saisons war der Ball auch noch irgendwo am Tor vorbeigeflogen. Wieder. Und das war der Fehler von Andrich. Mit Keeper, aber Fehler. Andrich führe ich komplett alleine. Und weißt du, der macht ne eiskalt. Der kloppt ne Halt links oben in den Winkel. Wie gesagt, vor ein paar Saisons geht das Ding irgendwo Richtung Eckfahne. Ist das geil, Mann. Geil, Mann. Boah. Die Truppe ist so geil, ey. Leck mich am Arsch. Ist die Truppe geil. Boah. Und die VfB-Stimmung. Die VfB-Stimmung. Heilige Scheiße. Das ist ja nur Fernsehton, ne. Ist das geil. Ist das endgeil. Boah. Die Truppe ist so geil, ey. Leck mich am Arsch. Ist diese Truppe geil. Wahn. Wahnsinn. Das Leverkusen wird im Angriff. Boah. Das wird ne hektisches Spiel, ne. Haben nicht grundlos ein paar Leute hier auf 4-3 getippt. Boah. Was ein Abwurf. Boah. Oh, Mittelstädt. Lebt noch. Jawohl. Maximilian Mittelstädt. Was ein Konter. Was ein, ja. Abwurf-Konter vom Torwart. Durch auf Würz. Mittelstädt. Hecht ihn hinterher. Krätschen einmal weg. Abschluss daneben. Dann. Maximilian Mittelstädt. 500.000 Euro. Wahnsinn, der Typ. Wahnsinn. Und dann. Auf dem Boden nochmal. Das hab ich gar nicht richtig gesehen. In der Live-Aktion. Auf dem Boden krätscht Ernst zur Ecke raus. Das wird auch gefährlich geworden, der Abschluss. Digga. Maximilian Mittelstädt. Unglaublich. Ne. Was ein Spiel bisher. Oh je. Adli. 2-2. Das ging schnell. Kamera war auch noch irgendwo anders. Und auf einmal ist Adli durch. Das muss ja irgendein geiler Ball gewesen sein. Das kam ja komplett aus dem Nichts, dieser Ball. Jetzt nochmal. Würz. Ja. Geiler Ball von Würz. Gleiche Höhe mit Ito. Wow. Und dann in den Bereich zwischen Fuß und Hand durch. Ja. Schwer zu halten für Nübel. Mach ich ihm jetzt keinen Vorwurf. Aus der Entfernung. Das ist sauschwer. 2-2. Ey. Da kriegst du was für dein Geld. Naja. Also. Das nächste Tor wird sehr entscheidend sein. Wenn noch eins fällt. Ich habe schon. Seit dem 2-2 eigentlich fast das Gefühl. Dass das so ein Spiel ist. Wo jetzt auch keiner mehr das hundertprozentige Risiko eingeht. Irgendwo noch. Irgendwo noch der krasse Move passiert. Irgendwo noch der Traumpass kommt. Das Mega-Dribbling kommt. Eine Einzelaktion kommt. Dann fällt vielleicht noch was. Aber ich habe fast das Gefühl. Dass das so ein Spiel ist. Dass es vielleicht. Dann mit 2-2 in die Verlängerung reinläuft. Aber. Noch ist noch genug Zeit für ein Tor. Auch für zwei. Ne. Aber gefühlt. Wird es irgendwie passen. So viele Tore direkt nach der Halbzeitpause. Jetzt sind wir ein bisschen in der Lucky Punch Zeit drin. Wird mich nicht wundern. Zumindest. Wenn der so mit 2-2 in die Verlängerung rausläuft. Okay. Jetzt wissen wir formationmäßig. 5-3-2 zocken wir jetzt. Leveling. Und unter vorne drin. Karaso, Schiller, Dahoud. Und dahinter echt eine Fünferkette. Interessant. Aber. Gar nicht schlecht. Keine schlechte Idee. Damit kannst du zumindest auf jeden Fall mal ein bisschen mehr absichern. Im Sinne von, dass du hier in eine Verlängerung reinläufst. Statt sich noch eins zu fangen. Der Ball war Quatsch. Jetzt muss Wagnumann da sein. Und Wagnumann ist da. Und hol den Einwurf für uns raus, Junge. Das sind die kleinen Dinge, Alter. Geil. Wichtig. Bockstark wichtig. Würz. Nur mal rein. Was eine Scheiße. 3-2 Leverkusen. Das ist unglaublich. Ja. Geile Flanke Würz. Ito rückt raus. Tag komplett frei. Köpften eiskalt rein. Das ist halt Leverkusen, ne? Das ist halt auch das Leverkusener Ding. Die Saison. So viele Last-Minute-Treffer. Oftmals erspielt. Ne? Ist auch alles jetzt nicht nur Glück. Aber halt. Natürlich auch eine Form von Spielglück halt. Wenn du in 90 plus Spiele entscheidest. Spielglück. Und so Geschichten. Das du halt brauchst auch, wenn du Titel holen willst. Und das hat Leverkusen gehört auf seiner Seite. Siehe sowas wie Augsburg und so Geschichten auch vor kurzem. Es läuft halt wirklich auch komplett bei Leverkusen, was das angeht. Spielverlauf, Spielglück ist halt auch wirklich was, was Leverkusen hat. Sind noch drei Minuten. Na? Sind noch drei. Kann auch in die Verlängerung gehen. Brauchen halt ein Tor. Einwurf nochmal. Nicht abpfeifen. Ah, lächerlich. Schade. Hatte gehofft, wir kriegen die eine Aktion noch. Aber schade. Gut. Mach mal Spielfazit, bevor ich durchziehe. Ja, was soll man sagen. Das ist. Ich habe es ja schon in der Reaktion aufs 3-2 gesagt. Das ist halt aktuell auch so, wie eine Leverkusen-Saison läuft. Siehe, es spielt in Leipzig. Siehe, es spielt in Augsburg. Die haben halt wirklich, neben dem, dass sie geilen Fußball spielen und verdient ihre Spiele auch immer wieder gewinnen. Haben die halt auch diese Lucky Punches komplett drin. Das ist eine Saison für Leverkusen, wo es wirklich in jeden kniffligen Situation auch für die läuft. Die Tore noch fallen am Ende. Also muss man auch da zusammenfassen. Wenn die die Saison nicht irgendwas holen. Pokal, Meisterschaft. Irgendwas zählbares mitnehmen. Irgendwas zum Fallen am Ende. Wäre es schon sehr, sehr enttäuschend. Für Leverkusen. Von Leverkusen. Wie auch immer. Tut heute weh. Ich habe vorhin gesagt, ich gehe hier mit Genießer-Modus rein. Ich bin mit Genießer-Modus rein. Das ist hier Bonus. Wir spielen eine unfassbare Saison. Wir haben eine unfassbar gute Leistung in Leverkusen gezeigt. Das werden auch wieder nach dem Spiel alle sagen. Ich glaube auch die Leverkusener werden es nach dem Spiel sagen, dass wir so dermaßen nah dran waren. Dass wir so gut gegen Leverkusen waren. Wie in der Hunde-Runde schon auch auf Augenhöhe waren. Wie gefühlt kein anderer in der Liga. Wahnsinns-Partie hier. Wahnsinns-erste Halbzeit. Boxstark. Brutal stolz, dass wir gespielt haben. Es fehlt immer noch ein Gerasi. Wir haben immer noch die jüngsten Karte der Liga. Leverkusen ist immer noch Favorit in diesem Spiel gewesen. Auch schon vor der Saison Favorit gewesen im Vergleich zu uns. Wir spielen eine unfassbare Saison. Wir haben ein richtig geiles Spiel gemacht. Das Spiel hier hatte absolut keinen Sieger über 90 Minuten verdient. Und das ist halt das absolut schade heute. Das wird auch ein bisschen wehtun noch. Vielleicht tut es mir tatsächlich ehrlicherweise gar nicht so weh wie anderen. Weil ich es einfach schon immer als Bonus gesehen habe. Mich einfach freue, was wir für eine Leistung gezeigt haben. Mich über die Saison freue und sowas. Und weil es auch keine Schande ist, Leverkusen rauszufliegen. Deshalb im Spielverlauf tut es halt extrem weh. Aber es ist halt Leverkusen. Es ist die Saison, wie sie bisher läuft. Auch für Leverkusen. Immer wieder Lucky Punch-mäßig. Weil heute, finde ich zumindest, hat das Spiel über 90 Minuten absolut keinen Sieger verdient. Das Spiel wäre verdient in die Verlängerung. Aber passiert halt. Es ist eine Aktion, es ist eine Flanke. Es ist halt so. Wir haben einen wahnsinnig geilen Fußballabend gesehen. Werbung für den deutschen Fußball. Das fußballerisch höchste Spiel der Liga bisher. Oder der von Deutschland aktuell. Mal gucken, was Bayern gegen Leverkusen macht am Samstag. Aber unfassbarer Fußball. Es tut jetzt erstmal weh. Tut aber unsere Saison am Ende des Tages nicht weh. Es ist absolut Bonus, was alles passiert. 40 Punkte in der Liga nach 20 Spielen. Das ist absoluter Wahnsinn. Klassenheit ist gesichert. In der Liga kannst du nach Europa kommen. Kannst du in den Champions League kommen. Das wird weitergehen. Sonntag gegen Mainz wird wieder komplett reingepusht. Und dann wird auf den nächsten Sieg gespielt. Ich bin komplett stolz, was wir gemacht haben hier, was der VfB geleist hat in Leverkusen. Auswärts. Unfassbar geil. Tut natürlich trotzdem absolut weh. Los. Die拓 Norddeutschleuchte Die拓ioe Die Spiele.